So, liebe Freunde der Analogtage, mein Name ist Gunther Kürten, bin Inhaber von Torenz und ich habe ja schon letztes Jahr teilgenommen an den Analogtagen 2021. Das Feedback, muss ich sagen, war wirklich sensationell. Teilweise haben die Videos über 20.000 Aufrufe bekommen und das hat uns natürlich motiviert, da auch weiterzumachen. Und ich habe schon überlegt, Mensch, was machst du denn dieses Jahr? Weil wir haben ja doch viel gezeigt letztes Mal. Ich hatte, erinnert euch bitte, Vorträge zu den TD 1500 und 403. Wir haben einen Vortrag zur Einstellung des Subchassis gemacht beim TD 1500 im Vergleich zum TD 1600. Und ich hatte die Legende dabei, TD 124 in der neuen Version mit dem Direktantrieb, 124 DD. Also insofern habe ich mir gedacht, verdammt nochmal, Gunther, was wirst du denn jetzt dieses Jahr präsentieren? Und ich habe mir gedacht, Leute, es gibt ja nicht nur Highender. Es gibt nicht nur Leute, die jetzt ein paar tausend Euro in den Plattenspieler investieren wollen. Und das, was ja auch Torenz groß gemacht hat und ausgezeichnet hat, ist immer, dass der Plattenspieler zu einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis haben. Das heißt nicht, dass sie billig sind, aber dass sie ihren Preis wert sind. Und da haben wir eine Neuheit, das ist der TD 204 mit Riemenantrieb. Und dieser 204, den werde ich euch heute zeigen. Ich gehe mal hinter meinen Pult. Ja, zum einen habe ich hier quasi einen fast zerlegten 204, wie ihr ihn dann vorfindet, wenn er ausgepackt wird. Ich habe mir das jetzt erspart, ein Unboxing zu machen, weil aus dem Karton und aus der Klebefolie bekommt ihr das sicherlich auch selber raus. Aber hier sind jetzt alle Einzelteile. Und ich werde euch zeigen, wie installiert man das denn auf dem Plattenspieler? Wie stelle ich den Tonarm ein? Was sind die Besonderheiten? Wo muss ich darauf achten? Und ich habe mir auch vorgenommen, dass ich euch mal zeige, wie wechselt man denn gegebenenfalls auch zu einem höherwertigeren Tonabnehmer. Also, da habe ich ein paar Dinge vorbereitet. Und hier sehen wir mal den TD 204 quasi in der schwarzen Ausführung. Bei uns ist das ja immer farblich so gegliedert, dass wir Hochglanz-Schwarz-Modelle haben oder Nussbaumfarbene Modelle, wie jetzt dann auf der anderen Seite. Das ist auch Hochglanzfarben, sehr wertige Optik. Und insofern übrigens Walnuss. Ungefähr 40 Prozent unserer verkauften Geräte werden heute in Walnuss verkauft. Also es gibt auch da einen Trend zum klassischen Design. Und das ist ja etwas klassisches Design. Das möchte ich mal aufnehmen. Das ist etwas, was wir uns auch auf die Fahne geschrieben haben, als ich die Firma vor knapp fünf Jahren übernommen habe. Es gab dreieckige Plattenspieler, rote und so weiter. Also wirklich fancy Produkte, die meiner Meinung nach aber nicht ja wirklich Torens waren. Also die DNA von Torens ist ja eigentlich ein klassisches Design. Ein Plattenspieler mit einer Haube, damit er auch staubgeschützt ist. Gerne auch Holzdesign. Das war früher vollkommen normal. Und was ja auch für die DNA von Torens steht, das sind Riementriebler. Natürlich gibt es dann auch Schritte wie Subchassis und auch Direktantriebe, die wir mittlerweile im Programm haben. Aber klassisch ist die Marke getrieben von Riemen angetriebenen Plattenspieler. Und genau so einen haben wir jetzt hier vorfinden, der TD 204. Die Haube ist abnehmbar. Und das finde ich ist auch ein schönes Feature, weil jeder weiß von euch, so eine Haube hat natürlich negative Einflüsse auf den Klang. Das lässt sich nicht vermeiden. Insbesondere dann, wenn ihr höhere Lautstärken hört, dann wird die Haube angeregt, mit zu vibrieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Party hat oder ähnliches, Leute, nehmt die Haube ab. Das bringt euch nochmal einen Klangvorteil. Und wir haben Scharniere, die an der Haube befestigt werden. Das heißt, die klemmt man einfach ein hier in die Haube. Und wir haben das passende Gegenstück. Auf der Rückseite. Das zeige ich euch mal. Das ist schnell gedreht. Hier ist das passende Gegenstück. Wenn ich die Haube jetzt anhebe, kann ich die einfach theoretisch sogar mit einer Hand entfernen. Das geht super easy. Und das ist nun mal, ja, durchaus ein Komfortvorteil, weil ihr müsst wissen, jetzt drehe ich das mal auf die Seite. Ich kenne Modelle, da könnt ihr nur auf- oder zu machen. Bei uns ist das so, ihr könnt auch eine halbe Stellung machen, weil im Janier ist noch eine Feder verbaut. Und viele, erinnert euch an manche Schrankwand in Deutschland, da gibt es sehr viele. Viele haben den Plattenspieler eben nicht auf einem separaten Reck stehen, sondern irgendwo in der Schrankwand mit drin. Und das wollten wir einfach garantieren, dass das dann auch noch gut zu bedienen ist. Also insofern Kleinigkeit, aber etwas, was in der Praxis sehr, sehr hilfreich ist. Ich nehme jetzt die Haube mal ab, lege sie auf Seite, weil wir wollen uns den Plattenspieler dann mal im Detail ansehen. Also, hier auf der Rückseite seht ihr die Anschluss-Terminals. Der Plattenspieler verfügt über einen integrierten, aber auch abschaltbaren Phono-Vorverstärker für MM-Tonabnehmer. Es gilt ja so ein bisschen die Devise Plug & Play. Also, wir wollen es euch möglichst einfach machen, dass ihr den Plattenspieler sehr einfach installieren könnt. Da sind nicht so viele Dinge zu machen wie Tonarm ausbalancieren, das zeige ich euch gleich. Aber im Lieferumfang ist dann so ein Cinch-Kabel dabei. Das Cinch-Kabel hat einen weißen und einen roten Stecker, Cinch-Stecker. Und hier natürlich entsprechend der Gegenpart, der rote kommt in rot und der weiß in weiß. Und natürlich ein Erdungskabel. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn der Phono-Vorverstärker ausgeschaltet ist. Solltet ihr einen Verstärker haben zu Hause, wo kein Plattenspielereingang, also kein expliziter Phono-Eingang drin ist, dann könnt ihr, das ist ja der Vorteil, könnt ihr den integrierten Phono-Vorverstärker nutzen. Und könnt dann über einen Line-Eingang gehen. Also, das kann AUG sein, das kann CD sein, Tape, wie auch immer die heißen mögen. Also ein Hochpegeleingang. Dann schaltet man das hier ein, also den Phono-Entzerrer, und hat dann feinstes Vergnügen. So, schauen wir uns mal den Plattenteller an. Das ist ein Aluminium-Druckgussteller, den wir zusätzlich gedämpft haben. Also hier drum ist nochmal ein entsprechender Ring, der dafür sorgt, dass der Plattenteller möglichst ruhig ist. Das ist natürlich klar, dass so ein Plattenteller auch angeregt wird vom Schall. Und Ziel ist es, dass der Plattenteller nicht wie eine Glocke klingt. Und ich habe schon gesehen, dass manche den ganzen Innenbereich mit Gummi auslegen. Das ist gar nicht mal so effektiv. Also wir haben auch die Versuche gemacht. Sondern die Schwingung entsteht am Außenrand, so wie bei einer Glocke auch. Und der Plattenteller muss außen gedämpft werden. Das ist bei dem Plattenteller quasi schon mit drin. Und natürlich wird der Plattenteller dann durch die Gummiauflagematte auch nochmal vollflächig abgedämpft. So, einige tun sich schwer beim Auflegen des Antriebsriemens. Wir haben auch schon Kundenanrufe gehabt, die gesagt haben, der Plattenspieler läuft nicht. Ja, klar, wenn er nicht läuft, erstmal bitte prüfen, ist der Netzstecker richtig drin und das Netzteil richtig zusammen montiert. Und ist der Antriebsriemen auf dem Motorpulli aufgelegt. Und hier kommen wir schon mal zu einer Besonderheit. Ihr seht, wir haben hier zwei Löcher im Teller. Und wir haben auf der Rückseite, werkseitig schon aufgespannt, den Antriebsriemen. Ich denke, so kann man das ganz gut sehen. Und ich mache das immer so, dass ich mit dem, na, erstmal das Loch suchen auf der einen Seite. Also ich greife mit dem Daumen durch eines der Löcher und ziehe den Antriebsriemen hier quasi schon auf Seite. Und dann gehe ich zu meinem Plattenspieler und lege das auf und sorge dafür, dass der Daumen quasi in Höhe des Motorpullis ist. Und dann der Antriebsriemen, hier sieht man es ganz gut, auf dem Motorpulli entsprechend drüber liegt. Und das schon alles. Nachher Mathe drauf, dann ist das Thema erledigt. Also wenn ihr dann immer noch kein Signal habt, beziehungsweise kein Drehen im Plattenteller habt, dann schaut euch bitte das Netzteil an. Also wir liefern ja sogenannte Schaltnetzteile mit. Die haben den Vorteil, dass wir, gehe mal hin, dass wir ganz viele verschiedene Steckermodule, sei es für England, sei es für, das weiß ich jetzt gar nicht, aber das ist USA beispielsweise, das ist England und natürlich für Europa habe. Und diese Teile müssen sehr präzise aufgesteckt werden. Ich habe hier eine abgerundete Seite, genauso wie am Netzteil und ich fange oben an und klicke das Ganze so fest. Dann habt ihr es gehört, ein Klickgeräusch und dann ist auch wirklich Kontakt da. Wir haben leider Kunden, die stecken es dann irgendwie so auf und dann sieht das so aus und dann ist natürlich keine Spannung, die übertragen werden kann. Also ist keine Raketenwissenschaft, kriegt ihr alle hin. Das lege ich jetzt mal auf Seite. Ich habe mir vorgenommen, dass ihr ein bisschen auch lernt, wie der Plattenspieler zusammengesetzt wird. Dafür nehme ich die Matte in dem Fall nochmal ab, weil jetzt geht es ja darum, den Plattenspieler erstmal hier vom Tonarm her einzustellen. Und wir haben hier im Lieferumfang eine Headshell mit sogenannten SME-Anschluss. Das heißt, das ist eine gerade Headshell mit einem Bajonettverschluss. Und dieser Bajonettverschluss ist hier am Arm. Das heißt, dadurch, dass wir einen J-förmigen Arm verwenden, haben wir die Möglichkeit, diese gerade Headshell drauf zu machen und nicht eine gebogene Headshell, beziehungsweise Ecke-über-Eck-Headshell, so wie wir das beispielsweise bei dem kleinen Modell TD202 haben. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr erstmal dafür sorgt, die richtige Auflagekraft am Tonarm einzustellen. Ich selber mache das so, dass ich den Plattenteller noch gar nicht drauf habe, weil ich dann einfach mehr Möglichkeiten habe, mehr Platz habe hier, um die Auflagekraft einzustellen. Und das Ganze funktioniert erstmal so, dass ich die Headshell nehme, also ihr braucht den nicht hochnehmen, ich will es nur für die Kamera leichter machen, und ihr den Bajonettverschluss quasi hier einsteckt, das verriegelt und dann ist schon mal der Tonabnehmer, beziehungsweise die Headshell mit Tonabnehmer richtig montiert. Werkseitig haben wir hier einen Audio-Techniker AT95E verbaut, also ich sage mal eine solide Grundklasse. Der Überhang ist werkseitig eingestellt, wie man das kontrolliert, zeigen wir aber gleich auch nochmal im Detail. Und jetzt geht es darum, und dafür nehme ich den mal so auf Seite, dass wir das Gegengewicht richtig einstellen. Und hier im Gegengewicht können wir sehen, dass wir hier eine Skala haben und wir können sehen, dass diese Skala auf dem Gegengewicht verdrehbar ist. So, ich verdrehe sie jetzt mal ganz bewusst, damit ich keinen vordefinierten Wert habe. Jetzt schiebe ich das Gegengewicht auf das Ton am Endrohr auf und ihr seht, dass ich es jetzt quasi vor- und zurückdrehen kann. Jetzt bitte ich euch, wenn ihr das zu Hause macht, den Tonarmlift abzusenken, vorne den Nadelschutz abnehmen, weil der Nadelschutz wiegt ja auch etwas und wir wollen ja nicht den Gewicht des Nadelschutzes, die Einstellung des Tonarms quasi mit beeinflussen lassen. Also das legt ihr erstmal auf Seite. Jetzt müsst ihr natürlich ein bisschen vorsichtig sein, weil die Nadel frei ist. Aber löst die Halterung und jetzt müsst ihr das, haltet das am besten an der Headshare ein bisschen fest. Und jetzt müsst ihr bitte hingehen und das Gegengewicht so lange drehen, bis der Tonarm schwebt. Jetzt ein bisschen zurück, noch ein bisschen. Probier das jetzt mal. Ja, ungefähr so. Also, nicht ganz. Wichtig ist, dass der Tonarm weder nach oben schnellt oder nach unten auf der Liftbank aufliegt. Also da müsst ihr euch ein bisschen Ruhe und Zeit gönnen, dass der Tonarm wirklich in der Waage ist. Ungefähr, ja, so. Muss nicht päpstsicher sein wie der Papst. Jetzt könnt ihr die Tonarmhalterung wieder verriegeln. Jetzt gilt es, das kriegt die Kamera sicherlich gut eingefangen. Jetzt gilt es hier, wir haben ja jetzt den Nullpunkt festgelegt, also der Tonarm schwebt. Und das Gegengewicht ist zweigeteilt. Das heißt, ich halte erstmal hinten das Gewicht fest. Das will ich ja nicht verändern. Und drehe jetzt meine Skala auf Null, dass ich hier oben die Null stehen habe. Und jetzt kann ich das ganze Gewicht nach vorne bewegen, um Auflagekraft auf den Tonabnehmer zu bekommen. Bei dem AT95E sind zwei Gramm Auflagekraft empfohlen oder zwei Pond, je nachdem, was man selber nutzt. Und ich drehe weiter, jetzt habe ich 0,5, jetzt habe ich 1. Ihr seht, wenn ich das Gegengewicht der Zinten drehe, geht die Skala mit. Und wenn ich hier oben die 2 habe, habe ich hier perfekt die Auflagekraft eingestellt. Man könnte das jetzt mit einer Tonarmwaage nochmal kontrollieren. Aber wir haben viele Tests gemacht. Die Skala ist schon sehr, sehr gut. So, und dann habe ich ja noch das sogenannte Anti-Skating. Ihr seht hier auf der Seite dieses kleine Rädchen. Und dieses kleine Rädchen muss dann auch auf den Wert von 2 Gramm eingestellt werden. Das ist der Bereich, oder das entspricht dann der Auflagekraft. Gut, Lift hoch. Und jetzt gilt es, den Teller drauf zu machen. Mit dem Trick, den ich euch eben gezeigt habe. Daumen quasi von oben durch den Teller und den Antriebsriemen dann hier hinten auf den Motorpulli führen. Ihr könnt das Ganze nochmal kontrollieren, ob der Riemen da jetzt auch wirklich über den Motorpulli sitzt. Der sollte auch nicht verdreht sein. Also seid da ein bisschen sorgsam. Und dann, wo habe ich die Auflage? Die Gummimatte. Einen habe ich hier. Gummimatte drauf. Und dann ist das Gerät einsatzbereit. Klar, anschließend am Verstärker, so wie ich es eben beschrieben habe. Und los geht's. Wie ist jetzt so ein Plattenspieler aufgebaut? Dafür habe ich mir mal die Bodenplatte abgeschraubt. Den Teller lege ich mal auf Seite. Den brauche ich jetzt nicht. Und jetzt müssen wir zusehen, dass ich das hier abkriege. Genau. Ich habe die Bodenplatte. Übrigens, die Bodenplatte hat zwei Löcher. Und die sind zum Feineinstellen nachher der Geschwindigkeit. Also wenn ich das jetzt mal von unten mir anschaue, so sieht der 204 von innen aus. Wenig spektakulär offen gestanden, das weiß ich. Aber hier ist alles drauf, was man braucht. Hier ist der Phonofor-Verstärker mit drin. Hier weiter hinten der Chip, der für die Motorsteuerung zuständig ist. Also alles hochintegriert auf einer Platine. Und hier seht ihr auch zwei kleine Potis. Das ist jetzt wirklich Expertenmodus. Man kann also durch die Bodenplatte mit einem kleinen Schraubenzieher die Geschwindigkeit nachregulieren, falls die mal aus dem Lot gekommen ist. Also entweder ein Regler für 45 und der zweite für 33,3. Das macht man am besten mit einer Stroboskopscheibe. So eine Stroboskopscheibe gibt es im Zubehörhandel auch bei uns im Shop unter torrenz-shop.de. Und was man dazu braucht, ist lediglich ein künstliches Licht, was mit 50 Hertz flackert sozusagen. Eine normale Glühbirne, die ihr drüber haltet. Und dann seht ihr anhand der Striche auf der Stroboskopscheibe, ob das ein bisschen zu schnell ist. Weil die Striche sollten stehen, optisch, wenn man drauf schaut. Okay, kommen wir mal zum Tonabnehmer. Auch hier, weil ich höre immer wieder von Leuten, dass der eingebaute Tonabnehmer, ja, da will man vielleicht nach einer gewissen Zeit, nach ein paar Jahren, sich auch mal verbessern. Und wichtig beim Einbau des Tonabnehmers, ich empfehle hier also einen MM-Tonabnehmer zu nehmen. Kein MC in der Klasse, weil wir ja hier auch einen eingebauten Phono-Vorverstärker haben, der nur für MM-Tonabnehmer ausgelegt ist. MC braucht eine höhere Verstärkung, prinzipbedingt. Also insofern, wenn ihr aufrüsten wollt, ich habe jetzt mal beispielhaft ein Orthophon 2M Blue mitgebracht. Dann könnt ihr den alten Tonabnehmer ausbauen und einen neuen verwenden. Ja, da habe ich jetzt zwei Schräubchen. Eine leere Headshell. Mal gucken, ob ich das vor der Kamera so mit hinkriege. Das Schöne beim Orthophon-System ist, man kann die Nadel abmachen, dann passiert auch nichts. Also obwohl hier Nadelschutz drauf ist, die komplette Nadel abnehmen, dann habt ihr quasi einen nackten Tonabnehmer und ihr seht hier hinten drauf farbliche Markierungen. Bis auf das Silberne hier, das ist grün in dem Fall. Das haben die Orthophon-Leute nicht nochmal grün markiert, aber die anderen weiß, rot, blau, grün. Und genau die gleichen Kabel findet ihr farblich an der Headshell. Und jetzt geht es darum, das draufzuschrauben. Das Schöne ist, die meisten Tonabnehmer heute haben schon ein Gewinde integriert im Tonabnehmer selber. Und was ich brauche, ist ein kleiner Schraubenzieher. Dann gehe ich schon mal hin, montiere das hier drauf. Wie gesagt, live ist das immer ein bisschen anders, als wenn man das im Sitzen macht, an der Werkbank. So, Kamera ist auch schön da drauf, um zu sehen, wie ich mich hier gerade schwer tue. Aber es ist halb so wild, wirklich kein Problem. Jetzt schraube ich die Schrauben noch nicht fest, weil ich muss ja auch noch den Überhang einstellen. Aber jetzt, und das ist wirklich mein Tipp für euch Leute, diese Zange der Firma Knipex ist die beste Zange zum Installieren von Tonabnehmern ever. Das ist die Typenbezeichnung oder Artikelnummer 3542-115. Weil diese Zange ist zum einen eine kleine Schnabelzange, die ist hier vorne gebogen und die hat innen drin eine glatte Oberfläche. Also die Greiffläche ist glatt und das ist besonders zu bevorzugen, wenn man Kabelenden hat mit einem Schrumpfschlauch drüber. Und diesen Schrumpfschlauch will ich ja auch nicht beschädigen. Das heißt, ich will, dass möglichst die Kabel auch nachher gut aussehen. Und jetzt brauche ich eigentlich nur hingehen. Ich packe das hier immer und brauche die Kabel nur der Farbe entsprechend. So unten ist grün. Ich hoffe, ihr seht das. Da kann man sich ganz viel Zeit für lassen, aber... Jetzt seht ihr, die Kabel sind drauf. Die elektrische Verbindung ist hergestellt. Jetzt kann ich meinen Nadelträger drauf tun. Und für Insider, jetzt brauche ich ja den richtigen Überhang. Das heißt, die Nadel muss im richtigen Verhältnis zur Tonarmlänge auch montiert sein. Und das sind bei den SME-Headshells allgemein 52 mm zwischen dem Anschlusspunkt hier vorne, da wo in unserem Fall jetzt der Gummiring sitzt, und der Nadel. Jetzt habe ich mich mal, um es heute einfacher zu haben, bei den Kollegen Technics bedient, von Technics. Die haben nämlich so eine kleine Einstellschablone. Da steht auch 52 mm drauf. Die gibt es bei Technics im Zubehörbereich, beziehungsweise ich habe sie irgendwo online bestellt. Das Schöne ist, man steckt jetzt Nadelschutz ab, das macht es einfacher. Man steckt jetzt die Headshell hier rein, immer auf die Nadelpass achten. Und jetzt könnt ihr sehen, dass die Nadel etwas zu hoch sitzt zum Ende dieser Schablone. Die muss aber auf einer Ebene sein. Und dafür haben wir ja hier diese Schlitze in der Headshell. Die Nadel schraube ich, oder die Schrauben löse ich etwas, damit ich die Nadel nach, in die richtige Höhe bringen kann. Ungefähr so. Gesagt, mit ein bisschen mehr Ruhe und Zeit kann man das noch präziser machen. Man schaut sich dann auch an, ob der Tonabnehmer nicht verdreht ist, dass das alles präzise ist. Und dann habt ihr selber einen Tonabnehmer eingebaut. Und jetzt könnt ihr hingehen und wieder das Gewicht neu einstellen. Ihr müsst das wieder neu machen, weil die Tonabnehmer unterschiedlich schwer sind. Also ein Audio-Techniker ist etwas leichter als das Autofon. Aber so könnt ihr dann mit ein paar wenigen Handgriffen eurem Plattenspieler auch aufrüsten und aufwerten. Ja, kommen wir zum TD204 zurück. Es gibt Leute, die sagen, 204 ist ja der legitime Nachfolger des TD280 oder des TD280 MK2. Das war eines der erfolgreichsten Modelle von Torenz in den, ich glaube, 80er Jahren. Und wir haben jetzt, denke ich, einen legitimen Nachfolger für den 280er gefunden. Der Plattenspieler kommt ab Dezember, noch vor Weihnachten, in den Markt und wird 799 Euro kosten. Zu finden im Fachhandel. Insofern hoffe ich, dass es euch was gebracht hat. Und ihr jetzt wisst, wie ihr so einen Plattenspieler installiert. Möglichst schnell und einfach. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei den Analog-Tagen. Wir sehen uns später noch wieder mit unserem Vorverstärker. und da noch wieder mit dem'... Vielen Dank.